Action, Emotionen und Spannung pur. Nach drei Spielen liegt Volero Zürich in der Gruppe D mit fünf Punkten auf dem guten zweiten Tabellenrang. Im nächsten Spiel treffen die Limmatstädterinnen auswärts auf den Gruppenleader aus Istanbul. Mit einem Sieg würden die Schweizerinnen einen großen Schritt Richtung Playoffs machen. Leader gegen Verfolger. Esa Cibaje Vitra Istanbul gegen Volero Zürich. Heute 15.55 Uhr live im SSF. Die CV Dennis Bank Volleyball Champions League wird Ihnen präsentiert von der Amag Auto Welt Zürich, der United Volleyball Foundation und der Event Court AG.